In dem Gästigen-Stream unter dem Codenamen The Deck hat Ubisoft die ersten Infos zur kommenden Season 1 The Raging Tides veröffentlicht. Passend dazu wurde auch der Season 1 Trailer gezeigt. Die erste Skyrim Bound Season startet am 27. Februar. In Season 1 bekommen wir es mit dem grausamen Kapitän Philippe Lapest zu tun, der auf seinem legendären Schiff La Potence unterwegs ist. Diesen gilt es zu besiegen und dafür werden allerhand neue Inhalte verfügbar sein. Mit neuen Events wie das Seemonster oder das Elite-Kriegschiff von Clan Affaira, welches für die Sicherheit der Convoys zuständig sein soll, sind nur zwei von vier Neuerungen zu nennen. Auch die Ranglisten werden ebenfalls zurückgesetzt, diese müssen dann wieder erklommen werden und dafür werdet ihr mit exklusiven neuen Inhalten belohnt. Für noch mehr Inhalte bekommt Skyrim Bounds einen Battle Pass. Der Grundpass oder auch Schmugglerpass genannt wird kostenlos sein. Hier habt ihr die Möglichkeit von drei Wegen zu wählen und jeweils ein starkes Item am Ende als Belohnung abzuholen. Der Schmugglerpass oder der Grundpass ist wie gesagt kostenlos. Es wird aber auch einen Premium Pass geben. Hier bekommt ihr aber vor allem, ganz wichtig erwähnt, Cosmetics und Gold. Das Gold könnt ihr wiederum im Shop ausgeben und Cosmetics sind ja für euer Schiff gedacht. Also bis auf Cosmetics und Gold hat der Premium Battle Pass keinen spielerischen Vorteil für euch. Um den grausamen Kapitän Philippe Lapest also zu Fall zu bringen, müsst ihr nicht in den Premium Pass investieren. Wenn ihr den Season 1 Trailer verpasst habt, dann hänge ich euch den jetzt hier noch am Ende des Videos mit dran. Ich bin sehr gespannt, was ihr von den neuen Inhalten haltet und vor allen Dingen, was eure Meinung dazu ist. Schreibt mir das doch ganz gerne in die Kommentare rein. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und damit ihr diesen tollen und wunderbaren Kanal nicht verliert, freue ich mich über ein kostenloses Abo. Bis dahin sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem Trailer. Euer Desmond. Ciao, ciao. As tensions rise in the Indian Ocean, with fleets of resource-rich ships traversing these waters, Pirates from across the world are driven into a feeding frenzy. Experience it all for free in the first season of Skull and Bones Raging Tides. Face the vicious Captain Philippe Lepest and his legendary pirate ship, La Potence, in the tides of terror. Incurring the wrath of local supernatural forces, he leaves the Caribbean for the Indian Ocean in search of a cure for the curse inflicted upon him. And for control over the hell. Equipped with plague bombs that take everything they touch, he and his ravenous fleet of plague bringers and plague hunters will pose a threat to your pirate empire. Lure him into all-out naval warfare by decapitating his captains and taking down his invading fleet, leading up to an epic showdown. With more pirates swarming the Indian Ocean for a chance at untold wealth, you'll encounter brand new world events on the treacherous seas. Because of this, megacorporations like the DMC and Companion Royale rush to complete high-stakes deals along the trade routes before pirates can strike. Hellbent on defending their territory, the clan of Fara pulls together all their resources to build an elite warship to protect their merchant convoys. As a pirate, your reputation is everything. Climb the ranks of the Kingpin leaderboards to secure your place at the top and unlock exclusive higher-tier weapons and equipment for an edge against your enemies. Amidst the brewing turmoil, an influential figure from the West hears of your exploits and reaches out to you with a proposal to smuggle high-value resources under the nose of megacorporations while thwarting the pests' rise to power. Prove your worth and reap rewards as you progress across three unique paths simultaneously on the Smuggler Pass. The Shipmaster, Quartermaster and Gunner Master. Obtained from the Shipmaster, the Wailing Ward armor provides additional protection to your crew by reducing incoming damage and stamina depletion from the toxic attacks. The Quartermaster grants the Lepotant schematics, which reveals the weak points and boosts damage dealt to Lepest's fleet and his ship when you're in a group. From the Gunner Master, you can acquire the Caronade, a powerful new weapon ideal for crushing holes and flooding your enemy's ships. Combine these new weapons and equipment and you might just survive the Plague King's Onslaught. And for those who dress to kill, you'll also earn gold on the Premium Pass to purchase more opulent cosmetics from famed foreign bazaars. The Atelier and Shipwright will also receive shipments of exotic new cosmetics regularly, which are only purchasable for a limited time. The time is now, Captain. Hoist your sails, load your cannons and plunge into all-out naval mayhem as you enter the raging tides of Skull and Bones. To get� be kindlyited to all together. Who is this hand-to-lutids? Who are theíks? Who that is? Whoacağız?! Who are thehoo who does?